Wenn unser Teenager alles glaubt, was sie bei TikTok sieht. Ja? Warum ist da Geld im Waschbecken? Keine Ahnung. Frag mal deine Tochter. Leonie! Leo, warum ist da Geld im Waschbecken? Ist es mehr geworden? Wie mehr geworden? Ich hab mit TikTok gesehen, da haben die das Geld gewascht und dann ist es mehr geworden.